Moin Moin, Moin Moin Wir präsentieren Ihnen Volksmusik aus dem Ammerland. Das ist das Beste der Mühlenhof-Musikanten. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es meinetwegen Glück. Sichern Sie sich jetzt auf 5 CDs die große Kollektion des erfolgreichsten Chores Norddeutschlands. Wo die Nordsee fällt. Wollen Sie sich auf 100 maritime Hits, Klassiker der Volksmusik und eigene Erfolge sowie eine große Portion Lebenslust. Bleiben Sie bei uns und genießen Sie die 100 erfolgreichsten Lieder der Mühlenhof-Musikanten. Und hier ist ihre Gastgeberin. Hoch oben im Norden Deutschlands sind Sie zu Hause. Die Mühlenhof-Musikanten. Deren erfolgreichste Hits es jetzt unter dem Motto Das Beste für Sie auf dieser wunderbaren Zusammenstellung gibt. Und darum begrüße ich Sie ganz zünftig mit dem typischen Moin Moin. Moin 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 Mo Hier ist Mina Heimat, hier bin ich Tohus, steht auf dem Grabstein der Dichterin Martha Müller-Grälert, deren Gedicht Mina Heimat später als das Nordseewellenlied berühmt wurde. Sie finden es natürlich hier auf der Kollektion Das Beste der Mühlenhofmusikanten. Ja, alle großen Hits des Nordens finden Sie hier auf diesen fünf CDs. Auch den Filmklassiker von Heinz Rühmann, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Die frische und Lebenslust der Mühlenhofmusikanten macht dieses Lied unsterblich. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, kein Angst, muss man lieben. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Kein Angst, kein Angst, muss man lieben. Russiden, Russiden, so um Städel hinaus, Städel hinaus, so und du, mein Schatz, dein Tier. Jeder von uns kennt das Scherzlied Eine Seefahrt, die ist lustig. Ein altes Seemannslied, welches von Anfang an in allen Generationen zum Repertoire der Mühlenhofmusikanten gehörte und gehört. Hier auf der Kollektion Das Beste ist es dabei. Wenn die 100 erfolgreichsten Lieder der Mühlenhofmusikanten ausgewählt werden, dann darf eines nicht fehlen. Geschrieben von dem unvergessenen Textdichter Hans He, der den Chor 20 Jahre lang auch produzierte. An der Küst, an der Küst, an der Waderkant. Ja, das ist wirklich das Beste. Das ist Volksmusik aus dem Ammerland. Das ist das Beste der Mühlenhofmusikanten. Sichern Sie sich jetzt auf 5 CDs die große Kollektion des erfolgreichsten Chores Norddeutschlands. 100 maritime Hits, Klassiker der Volksmusik und eigene Erfolge sowie eine große Portion Lebenslust. Finden Sie auf das Beste. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 503 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. So fröhlich klingt Norddeutschland. Die Mühlenhofmusikanten. Endlich gibt es das Beste des erfolgreichsten Chores Norddeutschlands. Das ist Lebenslust und Sangesfreude auf 5 CDs. 100 maritime Klassiker und Volksmusik-Hits der Mühlenhofmusikanten gibt es jetzt für Sie auf einer einmaligen Kollektion. Für nur 49,99 plus Versand. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es Liebe. 5 CDs, 100 Hits. Das ist das Beste. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503. So gut. Das Beste der Mühlenhofmusikanten. 080 3 mal die 503. Anfang der 1980er Jahre fanden sich in dem kleinen Westerloy im Ammerland Mädchen und Frauen zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Klassiker wie das Gartenzwerglied, das Kuhsteinlied oder auch die Hymne Schleswig-Holstein mehr umschlungen gehörten von Anfang an zum Repertoire der Mühlenhofmusikanten und sind hier auf das Beste. Ebenso dabei wie dieser klingende Plattdeutschkurs. Klassiker wie der Mühlenhofmusikanten. Klassiker wie der Mühlenhofmusikanten. Schreibt dieses Lied, welches sogar Titelsong einer Fernsehserie wurde. Die plattdeutsche Originalversion mit den Mühlenhofmusikanten finden Sie hier auf diesen fünf CDs. Klassiker wie der Mühlenhofmusikanten. Klassiker wie der Mühlenhofmusikanten. Voller Liebe zur Heimat, mit Freude am Leben und Hand in Hand als Menschen mit Herz. So kennen und lieben wir die Mühlenhofmusikanten. Sichern Sie sich jetzt fünf CDs mit den 100 erfolgreichsten Liedern der Mühlenhofmusikanten. Auch die weiteren Erfolgshits der Mühlenhofmusikanten. Ach, könnte man doch ein Rembrandt sein und das Brot der Erde aus dem Grand Prix der Volksmusik, in dem alle Jahre wieder die bekanntesten Volksmusikstars Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Südtirols an den Start gingen, sind auf diesen fünf CDs. Ja, da kann man wirklich einstimmen. Zum Glück gibt es die Volksmusik. Zum Glück gibt es die Volksmusik. Zum Glück gilt wo mein Tag. Da singt das Herz vor Freude mit. Am liebsten Stunden lang. Weißen Höhen und goldener Sand. Gelbe Blumen und grünes Land. Blaue Augen voller Sonnenschein. Das sind die Farben, die dein Herz erfreut. Diese Musik aus dem Norden ist wie das Land im Norden, herzlich und humorvoll. Wir haben für Sie die 100 erfolgreichsten Titel der Mühlenhofmusikanten ausgewählt und auf diesen fünf CDs zusammengestellt. Mit dabei ist auch der Hit, der liebe Gott hat auch nur zwei Hände. Der liebe Gott hat auch nur zwei Hände. Er kann nicht alles auf einmal. Und deshalb müssen wir ihm helfen. Mit unseren Händen ohne Zahn. 1991 nahm die Karriere dieses einzigartigen Chores richtig Fahrt auf. Damals waren die Mühlenhofmusikanten erstmals beim Grand Rieder Volksmusik vor einem Millionenpublikum im Fernsehen. Der Hit von damals ist hier natürlich dabei. Das noch in 100 Jahren geht uns wie Kinder klein. Das noch die Möcken tanzen und mit des Watzens flehen. Und das die Fische springen, hat der ein Achterherr. Und noch in 100 Jahren, das wünsch ich nie so sehr. Moin, 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 moin. So fröhlich klingt Norddeutschland. Die Mühlenhofmusikanten. Wo die Nordseewelle spülen, abends war. Endlich gibt es das Beste des erfolgreichsten Chores Norddeutschlands. Das ist Lebenslust und Sangesfreude auf fünf CDs. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. 100 maritime Klassiker und Volksmusik-Hits der Mühlenhofmusikanten gibt es jetzt für Sie auf einer einmaligen Kollektion für nur 49,99 plus Versand. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es Liebe. Fünf CDs, 100 Hits. Das ist das Beste. Jetzt anrufen. 080, dreimal die 503. Das Beste der Mühlenhofmusikanten. Die fröhlichen Friesenmädchen aus dem Ammerland. Sie zauberten aus dem Zillertaler Hochzeitsmarsch ihre eigene Friesenhochtit. Und diese Friesenhochtit finden Sie hier ebenso auf der Kollektion das Beste wie das wunderbare und zeitlose Lied Nenn es Freundschaft, nenn es Liebe. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es meinetwegen Glück. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, jeder braucht davon ein Stück. Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön. Ja, da kann man was erleben, ja, da kann man vieles sehen. Von immer wieder sonntags bis Melodien für Millionen. Von kein schöner Land bis hin zur Musikantenscheune, die Mühlenhofmusikanten waren in allen großen und wichtigen Fernsehsendungen der Volksmusik dabei. Ihre 100 beliebtesten Lieder finden Sie jetzt erstmals auf einer Kollektion. Diese Welt ist unsere Welt, bis genau zum Sternenzelt. An den Christ, an den Christ von dem Bordakant, wo ist das Leben interessant. Da gibt es Grönschen, Pop und Tee und Segelwegen, Luf und Tee. Die Mühlenhofmusikanten begleiten sich bei ihren Auftritten selbst mit Akkordeon, Gitarre und Mandoline. Die Gagen für die Auftritte werden von Anfang an immer aufs Neue in die Kostüme und Instrumente gesteckt. Es ist die Liebe zur Musik, die diesen besonderen Chor seit nahezu vier Jahrzehnten immer weiter bestehen lässt. Wasser hinten, Wasser vorne, Wasser links und Wasser rechts. Die Schönheit der Natur, die Weite des Landes, das Grün der Wesen, die Herzlichkeit und der Humor der Menschen im Norden. All das finden Sie wieder in diesen 100 Hits auf 5 CDs. Das ist das Beste, zusammengestellt für Sie. So fröhlich klingt Norddeutschland. Die Mühlenhofmusikanten, das ist das Beste. Junge, frische Volksmusik aus dem hohen Norden. Für Sie ausgewählt und zusammengestellt auf 5 CDs. Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland, 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 30 340 490. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de So fröhlich klingt Norddeutschland. Die Mühlenhofmusikanten. Endlich gibt es das Beste des erfolgreichsten Chores Norddeutschlands. Das ist Lebenslust und Sangesfreude auf 5 CDs. 100 maritime Klassiker und Volksmusik-Hits der Mühlenhofmusikanten gibt es jetzt für Sie auf einer einmaligen Kollektion. Für nur 49,99 plus Versand. Nennt es Freundschaft, nennt es Liebe, nennt es Liebe. 5 CDs, 100 Hits. Das ist das Beste. Jetzt anrufen. 080 3 mal die 503. So gut. Das Beste der Mühlenhofmusikanten. 080 3 mal die 503.